Willkommen im Schnäppchenkeller von Profi-Schnapp.de Heute mit einer Garnitur von Tomi Machalke, die was ganz Besonderes ist, nämlich die Garnitur Houston. Eine kleine zweiteilige Formation mit Brückenverstellung in einem ganz speziellen Leder, nämlich einem Neckleder. 2,4 bis 2,8 Millimeter stark runtergeschärft, damit es nähbar ist, mit allen Mastfalten und Naturmerkmalen sichtbar. Etwas für Lederliebhaber. Und das ist auch das Beste an der Garnitur, das Neckleder. Natürlich das teuerste Leder, was es gibt. Sicherlich nicht das allerteuerste, aber es ist ein sehr teures Leder. Und deshalb kostet die Garnitur neu auch um die 8.000 Euro diese kleine Formation, weil das Leder so teuer ist. Bei uns weniger als die Hälfte. Sie können den Rücken verstellen. Sie haben eine kleine Formation mit 2,24 Meter Länge und 1,90 Meter Tiefe fürs Longchair. Das Longchair ist natürlich auch der Clou, weil Sie es hier oberbequem haben. Machen Sie noch ein paar Kissen rein, dann wird es wohnlicher. Kleine Formation in einem tollen Leder, wenn Sie Lederliebhaber sind und das Neckleder mit der Spitzenklasse wollen. Tommy Machalke Houston. Ein Kundenstorno. Kunde bestellt, nicht abgenommen, Vorlieferung, storniert und deshalb das Haus Tommy M. gar nicht verlassen. Eine wunderschöne Garnitur. Hier etwas faltig, klar, aber die Rückenverstellung, es muss ja so spannen, aber eine ganz tolle Garnitur, was wirklich fein ist. Auch die Kufen, schwarz lackiert, alles ganz arg fein und dunkelbraun. Dunkelbraun lackiert sind die, passend zum Leder, wirklich sehr fein. Wollen Sie was sehr feines? Okay, schnappen Sie Zucko. Ihr Nutz Reinhardt und Tschüss.